Hallo, mein Name ist Stefan und es freut mich, dich zu meinem Basic-Video begrüßen zu dürfen. Bevor wir beginnen, brauchst du noch Papier und Stifte. Wenn du diese beiden Dinge nicht bereits vor dir liegen hast, dann pausiere doch das Video und hol sie dir. Bevor du beginnst, möchte ich kurz das Gelernte aus dem Intro-Video wiederholen. Versuche folgende Aufgaben 5F-5G und 2U plus 7UV zu lösen. Pausiere dazu das Video. Bei der Aufgabe 5F-5G ist die gemeinsame Zahl 5. Daher kannst du 5 herausheben. Als Ergebnis bekommst du dann 5 mal Klammer auf F-G Klammer zu. In der zweiten Aufgabe ist der gemeinsame Faktor die Variable U. Daher kannst du U herausheben und erhältst U mal Klammer auf 2 plus 7V Klammer zu. Bei manchen Beispielen ist es leider nicht auf einen Blick ersichtlich, welchen Faktor du aus beiden Zahlen herausheben kannst. Wie du in so einem Fall die gemeinsame Zahl erkennst, erfährst du jetzt. Folgende Aufgabe ist zu lösen. 28U minus 21V. Auf den ersten Blick siehst du jetzt nicht, welche Zahl herausgehoben werden kann. Es ist aber möglich, die Zahl 28 und die Zahl 21 durch jeweils eine Multiplikation darzustellen. Das Ziel ist es, die größtmögliche Zahl herauszuheben. Weißt du, welche Multiplikationen das sind? 28 kann als 7 mal 4 dargestellt werden und 21 als 7 mal 3. Jetzt ist es auch einfacher, die gemeinsame Zahl zu erkennen. Wenn du noch Schwierigkeiten hattest bei der Zerlegung in Faktoren, dann sieh dir doch noch einmal den dazugehörigen Lernzyklus an. Den habe ich dir in der rechten oberen Ecke verlinkt. Nach dem Aufspalten in Faktoren siehst du, dass in beiden Zahlen jeweils die 7 enthalten ist. Daher kannst du die Zahl 7 herausheben. In der Klammer bleibt dann die Zahl 4 bei der Variable u und die Zahl 3 bei der Variable v übrig. Du erhältst dann als Ergebnis 7 mal Klammer auf 4U minus 3V Klammer zu. Es gibt aber auch Rechnungen, in denen keine Zahl aufgespalten werden muss, sondern in denen Variablen mit einer Potenz vorhanden sind. Folgende Aufgabe ist zu lösen. u hoch 3 minus TU. Da ist es etwas leichter zu erkennen, was herausgehoben werden kann. In beiden Termen ist ein u enthalten. Doch wie kann das u nun herausgehoben werden? Das u hoch 3 kann auch anders, nämlich als u mal u mal u angeschrieben werden. Du kannst statt dem u hoch 3 nun auch das u mal u mal u in die Rechnung einsetzen. Nun siehst du, dass jeweils ein u herausgehoben werden kann. Du erhältst dann u mal Klammer auf u mal u minus t Klammer zu. Oder auch u mal Klammer auf u hoch 2 minus t Klammer zu. Wiederhole das Erlernte und löse folgende Aufgaben. Pausiere dazu das Video. Schauen wir uns zuerst die erste Aufgabe an. Die Zahl 10 kann als 5 mal 2 und die Zahl 25 als 5 mal 5 geschrieben werden. Dann siehst du, dass jeweils 5 herausgehoben werden kann. Als Ergebnis erhältst du dann 5 mal Klammer auf 2h minus 5i Klammer zu. Bei der zweiten Aufgabe kannst du keine Zahl, sondern eine Variable herausheben. Dazu muss a hoch 2 in a mal a und a hoch 3 in a mal a mal a umgeschrieben werden. Dann siehst du, dass jeweils a hoch 2 herausgehoben werden kann. Herausgehoben solltest du dann auf a hoch 2 mal Klammer auf 7 plus a b Klammer zu kommen. Bei der dritten Aufgabe kannst du wieder eine Zahl herausheben. Dazu muss 49 in 7 mal 7 und 14 in 7 mal 2 umgeschrieben werden. Nachdem beide aufgespaltenen Zahlen 7 enthalten, kannst du diesen herausheben. Nach dem herausheben erhältst du dann 7 mal Klammer auf 7x plus 2a Klammer zu. Am Schluss habe ich noch ein kleines Quiz vorbereitet. Leider haben sich da Fehler eingeschlichen. Jetzt kannst du selbst Detektiv spielen. Finde die Fehler in den Aufgaben und korrigiere sie. Drücke dazu auf Pause. Genau, in der ersten Aufgabe kannst du aus 45 und 18 die Zahl 9 herausheben. Aber in der Klammer wurde die Variable s vergessen. Es sollte dann 9 mal Klammer auf 5s plus 2t Klammer zu herauskommen. In der zweiten Aufgabe kann aus 7k natürlich nicht k Quadrat herausgehoben werden, sondern nur k. Schlussendlich sollte dann k mal Klammer auf 3k Quadrat minus 7 Klammer zu herauskommen. Ich hoffe, ich konnte dir die weiteren Formen des Heraushebens näher bringen und du konntest dir etwas aus meinem Video mitnehmen. Wenn du wissen willst, wie man eine Zahl und eine Variable gleichzeitig herausheben kann, dann schau dir doch mein Mastery Video an.